Zwangsvollstreckung bekämpfen durch Tapeten wechseln Ach, wenn es doch so etwas gäbe wie einen Notstopp-Knopf für eine auf voll Toren laufende Zwangsvollstreckungsmaschinerie. Nun, diesen Notstopp gibt es in der Tat. Es ist ganz einfach ein Umzug. Egal welcher Gläubiger eine Zwangsvollstreckung gegen Sie in die Wege geleitet hat, indem Sie rasch umziehen, bringen Sie sich sofort und zuverlässig aus der Gefahrenzone. Denn die Helfeshelfer innerhalb des Zwangsvollstreckungsprozesses, die Gerichtsvollzieher, dürfen nur in ihrem eigenen exakt abgesteckten Zuständigkeitsbezirk aktiv werden. Sobald ein Schuldner durch einen Umzug den ursprünglichen Zuständigkeitsbezirk wechselt, hat sein alter Gerichtsvollzieher nichts mehr zu melden. Und natürlich auch nichts mehr zu fänden. Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Ist es aber nicht. Denn Schulden zu haben, ist schließlich kein Verbrechen. Solange Sie also nicht strafrechtlich verfolgt werden, kann Ihnen nichts und niemanden einen Umzug verwehren. Wenn Sie beispielsweise im Fadenkreuz des Finanzamtes stehen, ist so ein Umzug immer eine erstklassige Möglichkeit, um den Beamten fürs Erste die Tour zu vermasseln. Denn nicht nur die vom Finanzamt beauftragten Vollziehungsbeamten sind dann nicht mehr zuständig. Nein, auch das gesamte Finanzamt kann sich seine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen abschminken. Weil es schlicht und ergreifend geografisch nicht mehr zuständig ist. Wenn Sie zu den Menschen zählen, die des Öfteren mal auf die EU schimpfen, dann haben Sie im Grunde genommen recht. Aber in einer Sache ist die Europäische Union für zwangsvollstreckungsgeschädigte Schuldner einen wahren Segen. Denn Sie können jetzt nicht nur in Deutschland umziehen. Nein, Sie haben sage und schreibe 27 andere Staaten zur Verfügung, in denen Sie für das Erste Ihren neuen Wohnsitz aufschlagen können. Anders gesagt, Sie können in Ihren zwangsversteigerungsfreudigen Blutsaugern immer einen Schritt voraus sein. Allerdings gibt es einige Punkte, auf die Sie bei Ihrem Umzug achten sollten. Beispielsweise sollten Sie nach wie vor postalisch erreichbar sein. Natürlich nicht unter Ihrer alten Adresse. Und Sie sollten auch über Ihre geschäftlichen Aktivitäten stets hundertprozentig im Bilde bleiben. Wie Sie das alles schaffen und dennoch einen Umzug in die Wege leihen, finden Sie als leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung in dem sagenhaften Ratgeber Weiße Weste durch Umzug. Durch einen Umzug stumpfen Sie die Waffen namens Zwangsvollstreckung im Sekundenbruchteil vollkommen ab. Und Sie können mit Ihren Widersachern aus einer perfekten Tarnung heraus attraktive Vergleiche aushandeln. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020